10. Mai. Heute bin ich einer Seele begegnet. Einer sehr kleinen, sehr zerbrechlichen, einer eingesperrten Seele. Einer Seele, die durch die Gitter ihres Gefängnisses wie tausend Lichter strahlte. Bevor ich auf den Baum geklettert bin, glaubte ich, es sei eine Wilde, ein kleines Tier. Aber sie hat da oben auf mich gewartet. Wie verständigt man sich mit jemandem, der so gefangen ist in der Finsternis und der Stille? Wie kann man mit ihr sprechen, ihr zuhören? Wie ist es, in totaler Finsternis und Stille zu leben? Das sind die Fris-Geräusche. Musik Vergeben Sie mir meine Hartnäckigkeit, aber jemand muss dieses junge Mädchen doch aus seinem Gefängnis herausholen und ihr das Sprechen beibringen. Und wie Gott, Sie das anstellen? Mit Zeichensprache. Aber sie ist blind. Ich schreibe die Zeichner in Ihre Hand. Sie ist von Geburt an taub und blind. Vermutlich hat Ihre Intelligenz darunter stark gelitten. Aber wenn Ihre Intelligenz noch intakt ist, dann leidet sie furchtbar unter diesem Eingesperrtsein. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sie sich um so ein Kind zu kümmern ist eine schwere Aufgabe. Und bei Ihrer Angegriffen ist unter... Meine Lungenkrankheit wird mich sicher töten, aber bis dahin... Es ist schon ein Wunder, dass Sie noch leben. Nun, ein Wunder, nein, kein Wunder, aber... Sie wissen sehr wohl, dass die geringste Anstrengung verhängnisvoll für Sie sein kann. Ich könnte auch sterben, wenn ich ständig in einem Zimmer eingesperrt bliebe. Dann kann ich gleich aufhören zu leben. Heute bin ich einer Seele begegnet. Einer sehr kleinen, sehr zerbrechlichen, einer eingesperrten Seele. Einer Seele, die durch die Gitter Ihres Gefängnisses wie tausend Lichter strahlte. Wie verständigt man sich mit jemandem, der so gefangen ist, in der Finsternis und der Stille? Wie kann man mit ihr sprechen, ihr zuhören? Zusammen. Wie ist es, in totaler Finsternis und Stille zu leben? Und wie wollt Sie das anstellen? Mit Zeichensprache. Aber sie ist blind. Ich schreibe die Zeichen in Ihre Hand. Sie ist von Geburt an taub und blind. Vermutlich hat Ihre Intelligenz darunter stark gelitten. Ein Messer. Messer. Messer! Mutter Oberin! Sie zeigt das Wort Messer, Mutter Oberin! Und bei Ihrer Angegriffen in Gesundheit? Meine Lungenkrankheit wird mich sicher töten, aber bis dahin... Ich möchte meine Aufgabe hier auf Erden beenden. Sie sagt Ihnen, dass sie glücklich ist. Und... und dass sie sie liebt. Ich bin so glücklich. Sie ist meine Freude. Sie ist die Tochter meiner Seele. Das Licht meines Lebens. Sie ist die Tochter ornament. Untertitelung des ZDF, 2020